Trotz vorsorglicher Mundhygiene und der richtigen Zahnpflege benötigen viele Menschen im Laufe ihres Lebens dritte Zähne. In solch einem Fall ist das Cardent Dentallabor für Sie da. Am Beginn jeder Arbeit erfolgt eine ausführliche, persönliche Beratung über biologisch verträglichen, langlebigen Zahnersatz. Lassen Sie sich vom Zahntechnikermeister beraten, welches Produkt optimal für Sie geeignet ist. Welche Lösung die beste und kostengünstigste für Sie ist, wird bei einem weiteren Gespräch zwischen Patient, Zahnarzt und Zahntechniker nach Abklärung der medizinischen Daten in der Zahnarztpraxis besprochen. Mithilfe modernster Technologie fertigt nun das Cardent-Team festsitzende und abnehmbare Zähne. Dabei stehen im Meisterbetrieb höchste Qualität und vollste Kundenzufriedenheit stets im Mittelpunkt aller Leistungen. Gesunde Zähne von Cardent sehen nicht nur gut aus, sie sind auch ein wichtiger Aspekt in einem gesunden Körper.